Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine und hier ist dieser komische Typ und er hasst mich und ich hasse ihn und... Was geht ab? Da ist sein Schein versteckt! Oh mein Gott, das ist aber voll... Gar nicht offensichtlich. Stuh, stier, Mann! Ich glaub jetzt bei jeder Mission wird irgendwas passieren, weil ich hab ziemlich viele Scheins gesammelt und man sollte ja eigentlich... Man hat, glaub ich, schon alle... Oh mein Gott, ey, was ist mit dir los? So dumm oder so? Und der Yoshi ist jetzt auch immer hier. Was geht ab mit dir? Hey, hallo, was ist denn heute los? Der macht den gleichen Weg, oder was? Hey, hallo! Hast du keinen Weg, den du anders gehen kannst? Ja, ich darf den Nerf... Geh jetzt nicht mit... Warum gehst du wieder zurück? Geh nur diesen Weg, ey, das ist ja voll scheiße. Eine Dusche, gewällig! Oh Mann. Komm, geh weg! Was tötet du mich? Ich will das nicht. Das ist klar, aber... Oh Mann, ey. Mach' mal was anderes! Idiot, ey. Ja, okay, jetzt geht er mal da. Ey, für die, ich will keine Abwechslung mehr. Stier ab! Stier ab, bitch! Stier ab! Okay, jetzt mach' der vollen Drehsprung, ne? Ja, ich hab' dich gesehen, ich hab' dich gesehen, ich hab' dich gesehen, ich hab' dich besiegen. Und jetzt haben wir diese Drüse, sichern und weiter. Und wie ihr gesehen habt, hat es voll auf diesen Schein gezeigt mit der Tür. Und, äh, da wir diese Drüses haben, können wir ganz schnell dreiden und dann haben wir diesen Schein. Tschau! Voll schnell. Da fängt ihr super an, dieser Part, ey. Mit einem Schein! Also, ob nicht alle Parts mit einem Schein schön anfangen. Anfang schon, aber Ende ist eine andere Sache. Okay, oh mein Gott, schon, schon wieder? Ey, das ist ja echt nicht normal. Halt die Schieben auch nur mal hinterher. Wenn du nichts anderes zu tun hast, als hier mir Sachen zu geben, ist das auch kein Problem. Hier oben ist er. Und da spitzen wir ihn doch gerne voll. So, komm, stieg ab. Wo gehst du hin? Was hast du vor? Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Was? Wow, wow, spinnst du? Ich spritze von hier ab, haha. Ich spritze von hier ab, haha. Okay, dann doch nicht. Komm, geh weg. Das geht mir immer viel zu lang. Ich bin da sonst viel besser, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich glaube, das ist ein bisschen der Let's Play, Universitätsding. Na, er spielt nicht wirklich nervös, aber... Oh, Mann. Du hast nichts Besseres zu tun, als hier rumzulaufen und nicht zu sterben. Zum Beispiel sterben, das ist ja viel cooler. Okay, jetzt habe ich den Raketen-Sprung. Yes, Mann. Jetzt kann ich hier hochspringen und ganz viele Sachen machen. Mit diesem Teil kann man echt viel machen jetzt in der Oberwelt. Ob das glaubt ihr nicht? Das ist echt unglaublich. Auch mit dem anderen Teil. Dann machen wir gleich das hier. Das ist ein einfacher Schein. Dann hol ich mir noch einen anderen Schein und dann noch einen anderen Schein und dann den letzten Schein, den ich holen kann. Mit diesem Drösenteil. Drösen-Action, ey. Voll cool. Speichern, ja klar. So. Kommt noch was? Hast du noch was zu bieten? Ich glaube nicht. Seht ihr? Fertig. Nichts mehr. Ja, ich kenne schon jetzt. Jetzt sind ja auch die Drüsen jetzt hier hinten alle verfügbar. Wo ist die Raketendrüse und da ist die andere, die schnelle Drüse da. Wir können auch mit dieser Drüse, mit der Raketendrüse, können wir auch in der neue Welt hinein. Ich bin eigentlich mal kurz... Oh, nee, nee, hab ich jetzt keinen Bock zu. Ich hab mir überlegt, mal einen anderen Einfachenschein zu holen. Aber ich will erst zuerst diesen Schmier, dieses Schmier hier wegputzen. Ist der nicht schön hier? Ist ja weg. Das geht nicht. Da kann man eigentlich auch mit der Horvath-Rüse rauf, aber den Schein kriegt man nicht mit der Horvath-Rüse, weil der viel zu hoch ist. Darum lohnt es sich nicht wirklich, da jetzt vorher schon hinzugehen. Aber da ich jetzt diese tolle Drüse schon habe, da habe ich jetzt das schon. Das mache ich eigentlich sonst dem als erstes, weil das mich aufregt, aber ich will hier ein bisschen Zeit sparen. Darum mache ich das dann, wenn ich das kann. Und hier drin, hier in der Röhre, ist auch die nächste Welt, die ich dann betreten werde. Irgendwann mal, wenn ich aufhöre, die ganze Zeit hier Schein sein zu sammeln. Bravissimo! Sehr gut, das gefällt mir, so soll es weitergehen. Dann sagen wir, wenn wir mal andere zwei Sachen hier, eine zwei Glocken noch. Sehe, jetzt ist alles schön sauber hier, das Teil. Jetzt muss ich nochmal die Drüse einsammeln. Ja, jedes Mal die Drüse einsammeln, das voll mühsam. Hier oben muss ich hin, denn da ist eine irgendeine Locke. Nee, komm. Die schlecken aus, ey, voll gut. Ein cooler Fact. So, und dann, dann erscheint der Schein, glaube ich, da unten irgendwo. Ja, der scheint, der scheint ganz unten und da muss ich in die Kanalisation. Bin ich eigentlich schon in die Kanalisation? In der Oberwelt hier? Ich glaube nicht. Oh, das tut weh, mal dir tut mir leid. Ich muss hier in dieses Teil rein. Dann gleich hier rüber. Und da ist der Schein. Und das glaubt ihr dann nicht. Es da. Und ich habe ihn. Auf dem Mondplättchen. Ich habe echt mal die ganzen Deckel umgedreht, dass ein Mond drauf war. Das hat nichts gebracht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das getan habe. Das war wohl sinnlos. Und schon wieder sind wir bei der Piazza Delfino. Und da kennen wir schon wieder, wieso heute Rüse holen. Weil es gibt echt viel zu, ich habe es ja gesagt, es gibt echt viel zu bringen mit den Rüsen. Oh, ich habe diesen Sprung gesehen, der war so cool. Ich liebe mich dafür. Okay, und hier ist die nächste Glocke, die muss man auch putzen. Voll, voll mühsamer Putzjob hier. Mario, putzen. Mario ist nicht zu putzen hier. So, haben wir hier hingegangen. Der Schein erscheint auf dem Dach von dem anderen. Also voll anders als der andere Schein. Was, das sollte ich nicht. Okay, da hoch. Ne, nö, nö, nö. So, jetzt nicht runterfallen. Und das ist der nächste Schein, das geht viel zu schnell hier. Ich mag dieses Bild so. Mario guckt zu hinten so. Hö, ich gucke es auf dem Dach aus irgendwie. Speichern und weiter. Dann hole ich mir noch einen einfachen Schein. Aber dazu brauchen wir eine Münze. Eine Münze brauche ich dazu. Ich bin gerade voll auf der einfachen Scheinjagd. Ey, wie ihr seht, ey, das sind voll viele Schein-Sinnige-Part. Und das ist Absicht. Hä, okay. Ich muss hier irgendwo ein offenes Fenster finden. Mal sehen. Hier drüben vielleicht. Ich glaube, hier drüben hat es alles. Okay, komm. Ja, wenn man da reinspitzt, kriegt man eine Münze. Und diese Münze kann ich gegen einen Stern sozusagen eintauschen. Ja, nicht wirklich eintauschen, aber ich kriege dafür einen Schein. Also eigentlich doch eintauschen. Und eigentlich nicht. Boah, vergiss es einfach. Denn dieser Typ hier. Dass ich das Fenster treffe hinten. Der we будто uns da rein. Eine Münze, ja klar, hier. Und da ist der nächste Schein. Ey, das ist voll der coolne Schein. Oh mein Gott, ey, wir haben schon... Wie viele Scheints habe ich jetzt gekriegt. Ich glaube, wir waren bei 30 am Anfang. Wir haben schon... schon 37 Menschen in einem Video. Voll das coole Video. Ich mag dieses Video, es ist echt gut. Weil die haben echt viele Scheints ge Ephesagt. Was gibt es noch zu tun? Mal schauen. Ja, ich weiß noch einen einfachen Schein, den ich holen kann. Mit dieser Rüse. Ich glaube, hier drin war der. Kann man da auch woanders hin? Nee, da war noch eine blaue Münze, die will ich jetzt nicht holen. Ich gehe halt hier auf die andere... Auf einen anderen Ort, wo ich hin muss. Ja, der. Ja, zwischen diesen Typen. Oh, mein Gott! Ihr seid böse. Ihr habt mich aufgehalten, auf meinen Plan hier müssig zu gehen. Voll die Relation. Zum alten, was der Typ gesagt hat. Nee, wir müssen diese runzen. Dieser Schein ist ziemlich einfach. Wenn man einfach immer nur springt, wenn man springen muss. Und ja. Einfach nicht loslassen. Man kriegt hier Wasser hier wieder. Jetzt kommt der schwerste Sprung hier. Ich hoffe, ich schaffe ihn nicht. Oh, mein Gott. Ich habe nicht A gerückt. Ich bin so schlecht. Wie ich mich manchmal anstelle. Bei dem einfachsten Schein ist das verreckig. Komm. Das war ein Fehler. Mario voll der Renner hier. Oh, Wasser nachfüllen. Sprung. Und. Sprung. Und hoffentlich, hoffentlich. Nee. Oh, mein Gott. Ist immer so knapp hier. Okay, nächster Schein. Und Leute, ich beende diesen Part hier. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Super Mario Sunshine. Bis zum nächsten Mal. Mit dem Schauen. Vielen Dank.